herzlich willkommen zu einer weiteren runde von airborne kindern ich weiß nicht irgendwie mit dem namen ich weiß doch auch nicht so da stürzen sich unsere leute in den tod nein das will hinunter zur oase um da dringend benötigt das wasser nachzutanken und wie immer bin ich nicht dran da die beschleunigung zu benutzen und hier eigentlich irgendwo da von 70 sind verbleibend ja alles bei mir irgendwie so ich selber wenn ich also wenn ich so spiele für mich eine spiele benutze ich so etwas nicht oder ein ganz seltenes fällen und von daher ist das mir das ist mir nicht so in fleisch und blut sind übergegangen dass ich dass ich das so automatisch so im vor ort mache ich denke wie gesagt insofern muss ich mich selber ermahnen macht er mal macht er mal den die 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 beschleunigung an so wie sieht es mit der oase aus 39 ist noch ein paar teile die ganze zeit ich habe ihn heute noch gestützt ja ja weiß auch nicht diese sachen sind seltsam wir sind auf eigentlich immer auf dem weg hier eigentlich wir sind auf dem weg zu einem weiteren königreich dem dritten hier auf dieser karte oder hat sich jetzt gerade die kohle verabschiedet ich mache noch mal jemand nicht wasser technisch sieht es jetzt im augenblick ein bisschen besser aus aber so ist nicht zufrieden bin ich damit noch nicht ich habe bevor ich hier das spiel gestartet habe also die aufnahme gestartet habe habe ich mal so ganz kurz geguckt wie das denn hier so mit dem wasserverbrauch aussieht und schon heftig moment sorry ich muss mal ganz kurz wieder jetzt auf normalgeschwindigkeit gehen wir haben 17 untätige das ist cool ich meine meine wäre meine frage gewesen ich hatte ja so überlegt wir brauchen hier noch so ein paar sachen und ich hatte ja ein bisschen sorge hier auch von wegen mit der kohle ja es ist so also die kapazität hätte ich schon ganz etwas höher gehabt und auch wäre es vielleicht nicht verkehrt wenn wir hier was mehr kohle also ohne selber produzieren könnten würden wie auch immer aber was wir dringende brauchen sind wasser kondensatoren und wir haben hier nur um das nochmal zu zeigen hier für die für so eine kohle hütte würden wir vier brauchen wenn ich es auch noch zwei weitere von den dingen hier hinsetzen brauchen wir also insgesamt acht leute für kohle um von 0,9 pro stunde auf 1,8 pro stunde dann zu kommen das wäre eine überlegung wert ihr habt durchaus recht aber dann sind sehr viele leute die ich dafür brauche acht leute abgezogen ja wir könnten uns dass wir könnten uns das erlauben könnten uns das erlauben das ist echte überlegung mache ich das und kommen so ein bisschen aus der kohle problematik raus oder aber gehe ich den weg dass wir hier mit wasser uns hier entsprechend versorgen weil da brauche ich nur zwei ich bin da sicher locker zwei weitere wasser kondensatoren hinsetzen und wir hätten dann eine wasser produktion von 1,8 wir haben nämlich ziemlich ziemlich verbrauch jetzt eine minus nur drei liter pro stunde durch die bauernhöfe nach wie vor minus 3,1 sind es mittlerweile die unter natürlich ist sie auch mehr minus 3,1 für die arbeiter alleine für die wasserversorgung und wir haben produzieren nur 0,9 durch die kondensatoren wir würden also mit 1,8 das hier nicht kompensiert bekommen aber zumindest ein bisschen ab gemildert auf der anderen seite wir sind eigentlich ganz gut hier mit mit also durch die durch die gegend hier mit wasser versorgt also wir hatten bis jetzt nicht so das problem dass wir da überhaupt nichts gefunden haben ich mache das mit der kohle schweren herzens gebe ich zu aber ich glaube das ist jetzt erstmal so das was am meisten glaube ich noch so hier drückt die kohle versorgung holz kriegen wir dann immer noch relativ viel geliefert und wir haben also holz ist hier überhaupt kein problem also wir haben hier wälder gesehen ohne ende selbst hier in der gegend oder auch in anderen gegenden ich würde vorschlagen so neue technologie müssen wir auch noch ich mach erstmal das so was könnten wir dann hier anstellen stadtzentrum 64 stunden dafür dass wir halt alle ressourcen zurückbekommen wenn wir ein gebäude umstellen oder abreißen ja weiß nicht erhöht die fliegeranzahl auf 10 in 32 stunden ob ich jetzt da einen mehr oder weniger habe das jetzt so vielen bringt ist die frage ressourcen da haben wir schon eine ganz andere baustelle die windmühle verdoppelt die produktion auf bauernhöfen kann mit bauernhöfen und anderen windmühlen verbunden werden benötigt zwei auftrieb 15 holz 5 lehm 5 glas 3 leute ist interessant äh ja wasserfilter verdoppelt die produktion von wasserkondensatoren das ist natürlich auch normal nicht schlecht benötigt zwei auftrieb 15 bäume oder 15 holz 5 mal glas 5 mal lehm 2 leute innerhalb von 32 stunden ist das ding erforscht das wäre natürlich auch nochmal so eine sache ja da gehen wir jetzt mit dem ja das würde also wenn ich jetzt dann noch weitere wasserkondensatoren bauen würde oder die die wir da haben die würden jetzt haltende von 0,9 auf 1,8 entsprechend dann die produktion steigern was nicht verkehrt wäre und mit zwei weiteren wasserkondensatoren wären wir dann bei 3,2 oder so wenn ich nicht ganz falsch stieg wäre natürlich schon mal eine coole sache so die eisenhütten effizienz um 50 prozent steigern in 32 stunden ja erhöhte effizienz um 33 prozent bei der geschichte mit der weberei ich denke das ist nicht verkehrt da so ein drittel erhöhte effizienz wäre nicht verkehrt ich habe auch jetzt gemessen an der zeit und dadurch dass wir das zeug jetzt auch geliefert bekommen nicht in rauen mengen wie man sieht insofern wäre das eine sache wo man sagen könnte macht sinn nagehäuser auf drei etagen und auch nahrungsspeicher auf drei etagen bauen zu können ist reizvoll braucht jeweils 32 stunden gucken wir mal was wir mit auftrieb ja das ist natürlich eine andere sache da bin ich immer noch überlegen ob das mit den flügeln was bringt wenn ich das jetzt um 50 prozent erhöhe wir haben die ja noch zum teil im einsatz braucht 32 stunden wieviel auf haben wir müssen noch ein paar gebäude bauen das hier mit dem ballon liefert 11,5 erzeugt auftrieb blablabla 1,1,1,1,1 erzeugt auftrieb um uns in der luft zu halten geringe kosten kein treibstoff ein arbeiter weniger jetzt in welcher in welcher beziehung jetzt also der braucht einen arbeiter ja ähm er braucht ja hier beim ventilator auch und hier brauchen wir zwei jetzt irgendwie hey egal er forscht in zwei stunden bringt auch nur fünf auftrieb also fünf einheiten vertikal rotor erzeugt auftrieb um uns in der luft zu halten moderate kosten hoher treibstoff ist damit eigentlich schon draußen keine arbeiter das ist natürlich toll moderater auftrieb liefert 25 liefert also etwas weniger als der kollege da der braucht aber nur moderaten treibstoff ein arbeiter mhm ja 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 64 stunden 50 prozent erhöht die flosse haben wir noch gar nicht ähm auch wegen hohen kosten hier und vor wegen hoher treibstoff blablabla vier leute müssen da an der flosse arbeiten warum auch immer hm 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 gut sehnsicht ich würde sagen ich würde sagen ich mache erstmal das hier egal ne die flügel sind immer noch im einsatz hier die brauchen keinen treibstoff die brauchen zwei arbeiter ähm gut das war weniger als die hälfte vom auftritt her als was der ventilator da bringt hier ne aber 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 ich mach das ja ja so haben wir genug überlegt dann 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 brauchen wir ressourcen äh kohlehütte das ist kein problem so richtig rum ja das sieht ganz gut aus setzt sich da und da jeweils eine kohlehütte hin ein bisschen weg drumherum kann auch nicht schaden oh moment ja doch erstmal ja auch hier auf jeden fall hm so das möchte ich dann hier entsprechend nachbauen ok kann ich das jetzt schon machen oder muss ich da warten bis das fertig ist das geht jetzt schon so cool so haben wir da noch ein bisschen nicht zusätzlich auch nicht verkehrt weißt du was wenn ich da gerade mal dabei bin ah ne ich würde es nicht übertreiben gut lassen wir das erstmal bis da und dann schauen wir mal ähm das hat jetzt natürlich die ganze Überlegerei und hin und her ein bisschen Zeit gekostet für diese Folge sorry aber ne das ist halt gehört zu so einem Spiel dazu dass man sich da auch mal Dinge gelegentlich überlegen muss wie mache ich was wie gehe ich wie am besten vor was brauchen wir wo drückt der Schuh und so weiter und so fort drehen sich wasser das wird eins der nächsten Ziele sein weil mit 170 ja das geht einigermaßen aber ich würde ganz gerne ein bisschen nachtanken so ich überlege gerade haben wir haben wir die 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 Technologien da mitgenommen von dem haben wir dann neue Technologien gelernt so eventuell müsste ich dann nochmal zurück das würde ich dann aber sehr wahrscheinlich aufs screen machen wir machen erstmal hier ich glaube ich habe da was vergessen die zerrütteten Inseln haben keine Anführung und ihre Bewohner teilen sich fast alles gleichzeitig wird harte Arbeit geschätzt und wer etwas mit eigenen Händen baut darf es auch behalten denn die zerrütteten Inseln hielten vor allem die harte Arbeit der Alten in Ehren und wollten ihrer Hingabe nacheifern Auszug aus Königreich unserer Zeit von Muloa dem zweiten Chronisten sie brauchen Hilfe wo drückt denn der Schuh sie brauchen Hilfe denn sie haben ihre Häuser auf die drei Hauptinseln verstreut erbaut steht das Wasser niedrig sind Reisen möglich doch dieses immer seltener der Fall also ich verstehe ok 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 sie brauchen Brücken die ihre Lande zu einem verbinden doch das Wissen und die Materialien um über dem Wasser zu bauen entzieht sich ihnen ja die Vorverzeihung kündigt von einem Königreich der Lüfte das allen anderen hilft wenn wir diese Brücken für sie bauen wäre dies der endgültige Beweis dass wir dieses Königreich sind es war nicht so dass die Inseln isoliert waren Lichtsignale und selbst Rufe konnten unter den richtigen Bedingungen über das Wasser gelangen doch ein Volk eine Familie mit so großer Ferne zwischen einander dieser Zustand bekümmert uns allerdings das würde ich auch bekommen aus Geschichten unserer Reisen von Mulu ab den zweiten Chronisten Brücken zwischen Inseln und so weiter wir finden die Materialien und schicken die Arbeiter was brauchen die denn 15 Holz fünf mal Tuch und zwei Arbeiter für zwei Stunden das ist kein Problem das machen wir mal eben ich gehe mal hier ne ihr wisst schon mach mal hier so ein bisschen einen auf schnell und dann soll die mal hier die Brücken bauen wenns mehr nicht ist dann kriegen wir gewuppt ah da kommen die zwei Arbeiter und stürzen sich in ihr verderben soo jo 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 achja und ich muss mich dann unbedingt da ne um die Gemütlichkeit da ... ah da sieht man die da sind da schon da schon da ist ne Brücke gerade fertig geworden sehr cool die können schon wieder miteinander in Kontakt treten das wird die Leute sehr freuen Ja gut, sie ist noch nicht ganz fertig, aber es wird dann so langsam jetzt. Ach, da ist die andere. Da sieht man die andere. Da wird auch gerade gebaut. Sehr cool. Würde hier noch schön eine fehlen, damit sie auch noch so eine Verbindung haben. Aber na gut, es geht auch so. Es geht auch so. Oh, Moment. Ja, 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 ja. Sehr gut. Alter, pause jetzt selber. Das ist ja schön. Die Brücken sind fertig. Ausgezeichnet. So, Moment. Pause? Pause. Zurück zu der Insel. Unsere Arbeiter bauen Brücken über das stürmische Gewässer und schon bald sind die Inseln verbunden. Einige Einheimische schließen sich uns gar an. Oh. Das war jetzt. Oh, da habe ich es gar nicht dran gedacht. 130 sind sie schon. Es werden wahrscheinlich noch mehr werden. Oh, oh. Äh. Die Freude der Bürger, die nun wieder mit den Iren vereint sind, kennt kein Maß. Wir müssen ihnen ein Himmelsfeuer bauen, um sie mit den restlichen Ländern zu verbinden. Das kennen wir ja. Was brauchen wir dafür? Es geht immer Tuch drauf. Geht aber langsam mal hier ins Tuch. So. Gut. Dann machen wir auch noch. Boom. Die einen gehen nach oben, die anderen gehen nach unten. Gut zu Arbeiter-Austausch. Die brauchen jetzt mal Pause, logischerweise. Wir von Brücken bauen sind die komplett fertig. Es wird auch langsam dunkel. So. Himmelshafen. Let's go. Da bin ich ein bisschen fade, dass man dazwischen nichts machen kann. Die Vögel sind hier auch jetzt hier. Die machen Akkord. Die sind da so Speedy-Consales-mäßig unterwegs. So. Normale Geschwindigkeit. Äh. So. Langsam angesagt. Ich warte noch ein bisschen. Ist noch ein Stückchen bis dahin, dass sie fertig sind. Dann sind die zerrüttete Inseln keine zerrüttete Insel mehr. Nur noch so halb zerrüttelt. Okay. Das Abendrot hat uns schon fest im Griff. Himmelshafen ist auch fertig. Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt. Und so haben wir einen neuen Verbündeten. Das gibt nochmal Leute, glaube ich. Ausgezeichnet. Ja, ich hab's doch geahnt. So. Nr. 3. Ist am Start. Wir sind nun verbündet mit zerrütteten Inseln. Das ist ausgezeichnet. Es wird wieder kräftig gefeiert. Jo. Feier ich auch. Äh. Das fertiggestellte Himmelsfeuer verbindet die zerrütteten Insel nun mit uns und seinen Nachbarn. Das ist mit der gleiche Text. Wir kriegen jetzt von denen plus sechs Baumwolle. Das ist auch schön. Dann haben wir da mit dem Tuch auf jeden Fall wieder im Griff hier. Und dann widmen wir uns wieder unseren Technologien. Genau. Das mache ich jetzt hier auf jeden Fall. Das andere muss ich nachholen. Äh. Wir sowieso noch nach dem, äh. Wir sind immer schnell. Nach dem 4. Königreich gucken müssen. Wäre die sowieso, glaube ich, in diese Richtung müssen. So. Äh. Sieg. Moment. Wir. Kann ich? Kann ich? Kann ich? So, der pausiert. Alles klar. Alles gut. Ich war jetzt irritiert, weil sich das Ding da befegt. Kurz Pause. Äh. Und auch hier so. Wir suchen bei den zerrütteten Inseln nach Technologien und finden viel unter der Jauche. Okay. Die Einheimischen würden uns mit ihren Methoden helfen, doch im Gegenzug hätten sie gerne ein Artefakt für das Relikt, das wir uns nehmen. Ja, das ist kein Problem. Das Volk von den zerrütteten Inseln hatte kaum Bewunderung für die Technologie der Alten übrig. Aha. Denn sie verehrten vor allem, was im Verstand und im Geist ihrer Ahnen vorging, nicht ihre Werkzeuge. Ein bisschen seltsam, aber okay. Wenn das so ist, ist das so. Auszug aus den Königreichen unserer Zeit. Von Buno habt ihr den zweiten Kulissen. Segel. Erzeugt Antrieb, hohe Kosten, kein Treibstoff, vier Arbeiter, hohes Tempo. Erzeugt zwei, ne benötigt zwei Auftrieb. Okay. Kaufen für vier. Ich nehm das auf jeden Fall mit. Wir fragen nach anderen Dingen. Drückt irgendwo im Augenblick der Schuhe. Ähm. Obwohl ich, wir haben, wir haben eigentlich alles hier in der Nähe. Nicht, was ich sehe. Wir kümmern uns an, alles gut. Kein nach Hause zurück. So. Ähm. Ja, wo wir hier gerade so, so, so. friedlich rum existieren. Wollte ich mal ganz kurz schauen, wie sieht es denn jetzt hier aus mit den Sehnsüchten. Begrünung. Schafft eine Behauptung, blablablabla. Das Ding ist relativ klein. Ja, geht dann, geht es dann natürlich jetzt wieder los. Ne, wo setzen wir das am besten hin? Obwohl ich sehe, schon noch so ein paar Sachen sind da möglich. Ach, da ist der Eingang. Guck mal, dass das hier ähnlich ist. Ja. Da würde ich dann hier so ein paar Pflänzchen anbringen wollen. Und äh. Ansonsten müssen wir uns noch um Wasser kümmern. Sieht was hier, die coole Geschichte, also die Gebäude sind fertig. Das ist cool. Ja, 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 ja. Immerhin, immerhin, immerhin. Warte mal, wir schauen nochmal ganz kurz. Da kommen die beiden Kollegen zurück. Was ist das? Da wurde gerade was geliefert. Achso, das ist die Eisenhütte. Alles klar. Sehr schön. Wie sieht das jetzt hier aus mit der Kohle? Wieso 1,7 durch Kohle erhöhte? Wir hatten 0,9 durch 2. Zwei weitere müssten dann nochmal 0,9 bringen. Und 0,9 plus 0,9 ist bei mir 1,8. Hä? Wieso kommt denn da so ein Verlust zustande? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, es ist ein Verlust nur von 0,1, aber trotzdem. Es ist seltsam. Aber gut, wenn das so ist, ist das so. Da können wir nichts dran ändern. Da wird natürlich gearbeitet. So. Okay. Aber. Ihr seht es. Wir produzieren, wir produzieren mehr Kohle, als wir verbrauchen. Nicht viel, aber es ist ein Plus. Und deswegen habe ich das letzten Endes gemacht. Weil ich habe gesehen, wie sieht es hier aus mit dem Verbrauch aktuell. So wie es jetzt im Augenblick ist. Wenn wir da nichts dran verändern. was nicht gesagt ist, dass sich da nicht doch irgendwas dran ändert. Dann hätten wir jetzt hier ein kleines Plus. Das heißt, wir brauchen uns mit Kohle nicht mehr zu kümmern. Zumindest für die nächste Zeit nicht. Oh, wir müssen unbedingt. Oh, die Leute müssen wohnen. Die Leute müssen wohnen. Ja. Äh. Alles Dinge, um die man sich da noch kümmern muss. Aber. Wie sieht es hier so gleichgewichtstechnisch aus? Perfekt würde ich sagen. Ähm. Alles Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ganz klar. Gar keine Frage. Aber erst ab der nächsten Folge. Wie immer. Da werden wir uns da. Also ein paar Sachen mache ich jetzt so offscreen. Und alles was uns noch so anliegt. Ist dann die Aufgabe für zukünftige Folgen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Begleitung bis hierhin. Für eure Unterstützung bis hierhin. Freut mich sehr, dass ihr nach wie vor mit dabei seid. Und euch das hier mit mir zusammen antut. Auch vielen lieben Dank für deine Hilfe, für deine Unterstützung. Das ist sehr, 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 sehr nett. Und freut mich wahnsinnig, wenn hier Leute entsprechend meine Sachen gucken. So. Ich bin für diese Folge raus. Ich wünsche euch wie immer alles, alles Gute. Und genießt die Zeit bis bald.